Josef, wir müssen kochen. Offensichtlich hat er denselben Geschmack für Würstchen wie für seine Anwälte. Nur die allerbesten, mit genau der richtigen Menge an Schmalz. Ich bin nicht in Gefahr, Sibylle. Ich bin die Gefahr. Sie sind eine Zeitbombe, die tickt und tickt und ich habe sicher kein Verlangen danach dabei zu sein, wenn es knallt. Das ist Bayern, Bitch.